Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserer wundervollen Algorithmen und Datenstrukturen Reihe. Ich hoffe es gefällt euch bisher, denn ja, ab jetzt wird es ein kleines bisschen spannender. Und zwar fangen wir heute mit Maps an und ich glaube dann nächstes Mal geht es schon mehr in Richtung der Algorithmen wieder. Maps bzw. auch Hashmaps tun was ganz ganz Tolles und zwar, ihr habt dort nicht direkt einfach eine Liste an Daten, sondern ihr habt eine Karte. Ihr könnt euch das so vorstellen wie, ihr habt eine Karte mit Städten und Zielorten oder wie wir jetzt hier gleich sehen werden, eine Pizzakarte, denn ich habe Hunger immer noch. Ich sollte endlich mal Mittagessen gehen. Okay, aber ja, wir haben nicht nur eine Liste somit an oder einen Klotz an Daten somit, sondern wir haben zwei Klötze an Daten, nämlich einmal die Schlüssel auf der linken Seite, die müsst ihr kennen und einmal auf der rechten Seite haben wir die Werte. Und dann habt ihr zum Beispiel eine Pizzakarte mit, ja, Pizza Morpheus nennen wir sie mal, okay? Und dann habt ihr hier die Zutat 1, die heißt, oder die ist Käse. Dann habt ihr die Zutat 2, die ist Schinken. Und ihr habt Zutat 3, das ist Ananas und eigentlich ist es eine Pizza Hawaii, ich weiß, aber wir machen noch ein Topping drauf, die Schokosauce. Also, okay, eine ziemlich ekelhafte Pizza, ich weiß, aber der Punkt, den ich euch sagen möchte oder zeigen möchte, ist, ihr habt nicht direkt die Daten einfach so an einer Stelle liegen, sondern ihr habt eben diese Schlüssel Zutat 1, Zutat 2, Zutat 3 und Topping und die wiederum verweisen auf irgendeinen anderen Bereich im Speicher und ihr wisst überhaupt nicht, welcher Bereich das ist. Es ist aber auch völlig egal, ihr wisst auch nicht, was an dieser Stelle steht. Und ihr wisst auch nicht, wenn ihr nicht Zutat 1, 2, 3 und Topping kennt, wisst ihr nicht, was in dieser Hashmap drin steht. Das heißt, ihr könnt ausschließlich über diese Schlüssel drauf zugreifen, auf die einzelnen Werte wirklich. Das heißt nochmal ganz wichtig, Schlüssel auf der linken Seite, Values oder Werte auf der rechten Seite. Und die Zuweisung, die geschieht mit einer Hash-Funktion H, jetzt für die Kryptografen oder für die Passwort-Cracker unter euch, habe ich ja auch schon was dazu gemacht. Das ist keine kryptografische Hash-Funktion, bei der geht es wirklich nur darum, dass sie sehr, sehr schnell ist. Das heißt, die ist kryptografisch überhaupt nicht sicher, aber dafür unfassbar schnell, okay? Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, Zutat 1 wird innerhalb von 0,001 Sekunden umgerechnet auf Käse. Und das ist meistens eindeutig, aber nicht immer. Das heißt, ihr habt manchmal sogenannte Hash-Kollisionen, wie zum Beispiel hier gezeigt, das kann mal vorkommen. Dann habt ihr hier eben zum Beispiel Zutat 1 und Topping auf demselben anderen Speicherbereich stehen. Und zwar steht dann da einfach in einer Liste Käse- und Schokosoße. Das kann vorkommen, aber das macht die Hashmap intern für sich. Was jetzt hier allerdings natürlich wichtig ist, wir nehmen jetzt mal wieder diese Darstellungsweise, ist die Laufzeit von den einzelnen Operationen. Und hier wird das erste Mal unterschieden zwischen dem normalen Durchschnittsfall und dem schlimmsten Fall, wenn wir sozusagen Pech haben, was vorkommen kann, aber sehr, sehr selten vorkommt, okay? Und hier haben wir mal die Laufzeit bei n Elementen. Wir sehen Zugriff, da ist gar nichts eingetragen. Also hier unten, ihr seht dieses kleine Zugriff hier, da ist tatsächlich nichts eingetragen. Und das ist auch richtig so, denn wir können auf Schinken, Ananas, Käse und Schokosoße, können wir nicht zugreifen ohne unseren Key. Und ja, der Zugriff mit einem Key, der ist quasi vorhanden, der geht sofort. Und das heißt, da müssen wir nicht lange warten. Aber einzeln Zugreifen auf die Elemente, also zum Beispiel, ich hätte gerne das zweite Element in meiner Hashmap, das funktioniert nicht, das geht nicht. Das ist einfach schlichtweg unmöglich. Und das ist der normale Zugriff, wenn man von Zugriff redet. Das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Schlüssel drauf zuzugreifen, das nennt sich eigentlich Suchen. Das heißt, ich sage hier, ich hätte ganz gerne die Zutat 1 und er gibt mir Käse aus. Das ist Suchen. Und ihr seht, das ist im Normalfall in O von 1 möglich, also quasi direkt. Das dauert, wie gesagt, nicht mal eine Millisekunde, sondern das, okay, teilweise vielleicht schon, aber normalerweise nicht mal eine Millisekunde, das funktioniert einfach direkt. Ist völlig egal, wie viele Elemente ihr habt, das geht sofort. Das ist super, super geil bei Hashmaps. Und deswegen sind die auch so unglaublich beliebt. Aber, und das ist jetzt der Worst Case, im schlimmsten Fall brauchen wir N-Operationen. Denn dann haben wir nämlich hier die, nun ja, das blöde Problem, dass wir dann einfach im schlimmsten Fall, okay, im Normalfall wird das nicht so sein und in den allermeisten Fällen seid ihr im Normalfall. Aber es könnte ja im allerschlimmsten Fall sein, dass diese Hash-Funktion H alle vier Schlüssel hier auf einen und denselben Speicherbereich ablegt, sprich ihr habt hier eine ganz normale Liste. Das heißt, im schlimmsten Fall habt ihr hier quasi eine Liste zur Verfügung über diese Schlüssel hier drüben. Ja, im Normalfall ist das allerdings, wie gesagt, nicht der Fall. Im Normalfall habt ihr hier ein O von 1, im allerschlimmsten Fall halt O von N. Aber das ist immer noch sehr, sehr schnell. Das ist immer noch schneller als bei Arrays oder bei Listen. Ja, weil eben Hashmaps so unfassbar effizient sind. Einfügen geht genauso, ihr habt hier drüben einfach ein Element dann mehr und das wird halt einfach von der Hash-Funktion umgerechnet und dort wird dann der Value eingetragen. Das heißt, einfügen genauso in O von 1. Wie gesagt, im schlimmsten Fall kann auch hier O von N sein, falls ihr wieder mal Pech bei der Hash-Funktion habt und dann eben N Elemente durchgehen müsst, bis ihr es hinten anfügen könnt. Das kann dann halt mal vorkommen. Im Normalfall tut es das aber nicht. Und löschen ist genauso einfach den Key, naja, streichen sozusagen, dann habt ihr quasi das Element auch schon gelöscht und dann seid ihr auch hier in O von 1. Und ja, deswegen sind Hashmaps von den, ich sage jetzt mal primitiven Datentypen, eigentlich die Datentypen, die am beliebtesten sind, wenn man auch wirklich auf die Laufzeit achten muss. Aber natürlich ist das nicht immer so. Also es kommt auch hier auf den Anwendungsfall drauf an. Wenn ihr zum Beispiel nicht über Schlüssel drauf zugreifen könnt, dann macht eine Hashmap überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr nicht sagen könnt, ich habe jetzt hier eine Pizza und ich will Zutat 1, 2, 3 und Topping haben, dann macht das nicht wirklich Sinn für euch. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe eine Liste, eine Adressliste, das ist einfach ein sehr beliebtes Beispiel, eine Adressliste und ich greife mit dem Namen drauf zu und meine Hashmap liefert mir dann immer die Adresse zurück. Dann habt ihr hier eben zum Beispiel Cedric Mössner und das ist quasi euer Key. Also hier drüben steht dann Cedric Mössner, mein Name übrigens, und hier drüben steht dann die Adresse. Und das wäre dann natürlich auch ein wunderbares Beispiel für eine Hashmap. Aber wenn ihr zum Beispiel einzelne Elemente, also halt nur einfache Elemente haben wollt, dann seid ihr bei einem Set viel besser aufgehoben. Wenn ihr solche Keys nicht haben könnt oder die nicht wirklich Sinn machen, seid ihr mit einer Liste oder mit einem Array viel, viel besser aufgehoben und so weiter und so fort. Ihr könnt hier nämlich nicht durch iterieren. Ihr könnt nicht einfach sagen, gib mir mal alle Elemente, die du da so hast. Das geht einfach nicht. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, Schinken, Ananas, Käse, Schokosauce. Das geht einfach nicht, weil ihr nicht wisst, wo die Dinger im Speicher liegen. Ihr braucht wirklich alle Schlüssel, die hier zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch Implementierung von der Hashmap, da sind einfach alle Schlüssel gespeichert und dementsprechend kann man das dann über Umwege auch machen, okay? Aber ja, im Normalfall hat eine Hashmap keine Funktion zum iterieren, sondern nur eben über diese Schlüssel. Dafür ist sie super effizient. Okay, das war es mit den grundlegenden Datenstrukturen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen bisher. Nächstes Mal geht es weiter mit den Algorithmen. Das heißt, wir fangen erst mal mit grundlegenden Sachen an, wie zum Beispiel Sortieralgorithmen und binäre Suche. Das sind sehr, sehr interessante Dinge. Und da werden wir dann auch das erste Mal wieder ein bisschen Code in die Hand nehmen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.